Was ist die Brücke für die Zähne? Ich habe mir in jungen Jahren zwei Zähne ausgeschlagen, habe dann bei unserem Zahnaus eine Brücke bekommen, doch die Brücke hat nicht mehr richtig gehalten. Ich bin dann hierher gefahren und war total perplex über die Klinik, was ich hier gesehen habe, die Sauberkeit, die Zuwendung vom Personal, die Fähigkeit der Ärzte und vor allem über die Technik. Es war eine super Behandlung, ich bin um 10 bis 15 Jahre jünger geworden und damit kann man natürlich auch in der Öffentlichkeit Werbung machen. Benderbräumen ist für mich eine super Klinik, wie gesagt, von der Technik her, von den neuesten Methoden her und von der Qualität der Arbeit und von der Zuwendung des gesamten Personals.